Bandai bringt eine neue CCG auf den Markt und es wird um Gundams gehen. 2025 soll das neue CCG an den Start gehen, man hat schon einige Karten gesehen und man hat die Möglichkeit noch dieses Jahr im Dezember an limitierte Beta-Editions ranzukommen. Das beinhaltet 16 Booster mit A9 Karten, 56 festgelegte Karten, eine Spielunterlage und sonstiges. Alles was man eben braucht, um das Spiel zu lernen, zu verstehen und ja, eben schon mal zu üben, bevor es offiziell richtig an den Start geht. Jetzt geht das Ganze einfach eben global, nicht mehr nur Japan und sonstiges. Gundam ist ja hier in Deutschland nicht alles so bekannt. Ich habe es geliebt, ich habe es gemocht, auch verschiedene Videospiele davon gespielt oder eben verschiedene Modelle gebaut. Also ich finde es auf jeden Fall sehr sehr cool, dass man da jetzt auch noch einen weiteren Markt mit Gundam versorgt und das Ganze vielleicht ein bisschen bekannter und etablierter wird. Ich werde euch hier auf dem Laufenden halten, wie es eben um das TCT steht. Ich werde euch über Updates informieren und auch sonstiges, was eben so ansteht. Wenn ihr Fragen zum TCT habt, stellt es mir gerne in den Kommentaren. Wenn ihr Lust auf weitere Videos habt, irgendwelche speziellen Videos, wie zum Beispiel wie sind die Regeln, wie wird das TCT funktionieren, lasst es mich gerne wissen und wir sehen uns in der nächsten Video. Bis zum nächsten Video.